Er fuhr vor im Mercedes-Benz fort und stank schon nach Geld. So ein Typ, den man, wenn's geht, sich ganz weit vom Leib erhält. Und er machte alle Mädchen an, doch die standen wohl nicht drauf. Er wollt nicht einsehen, dass er hier nicht passt, da fing er zu stänken an. Ihr seid jung, hübsch und dämlich, hat er böse gesagt. Und das sah ihm auch ehrlich. Komm, war geheim, dein Tipp ist hier nicht gefragt. Du, wir wollen unter uns sein, ohne dass uns wer stört. Denn die Sprüche, die du bringst, haben wir schon viel zu oft gehört. Ja, morgen, großer Boss, dann mach ruhig wieder los mit der gleichen blöden Tour. Doch heut Nacht, zieh ab, denn du kaufst uns nur von 8 bis 17 Uhr. Ihr seid jung, hübsch und dämlich, hat er böse gesagt. Und das sah ihm auch ehrlich, komm, war geheim, dein Typ ist hier nicht gefragt. Ihr seid jung, hübsch und dämlich, hat er böse gesagt. Ja, und das sah ihm auch ganz ehrlich, komm, war geheim, dein Typ ist hier nicht gefragt. Und das sah ihm auch ganz ehrlich, hat er böse gesagt. Und das sah ihm auch ganz ehrlich, hat er böse gesagt. Und das sah ihm auch ganz ehrlich, hat er böse gesagt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017